Eine wunderschöne, liebe Leute, wir müssen wieder reagieren, und zwar diesmal zu Retana Y. Ich bin schon sehr gespannt, Hollow King war schon richtig krass. Let's go! Okay, wir bekommen ein Intro, let's go! Oh, schön, die orchestralen Elemente im Hintergrund, richtig nice. Okay! Oh, okay! Schöner Übergang, sehr nice. Cooles Riff. Oh, die vocals sind einfach großartig. Was mir sehr gut gefällt, die Blumen, sehr geil, die Songs bisher. Ah, Firty Breakdowns, Leute! Ja. Woah. Oh, ein Snap-a-Raisal. Oh, das ist eine ganze Zeit. Dann habe ich einen Moment. Oh, das ist eine große Zeit. 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 Stopp! Oh! Okay, schöner langer, slower Breakdown. So wollen wir das haben. Ich mag den Stil unglaublich. Ja, let's go, man! Kommt da noch was? Oh! Yo! Oh! Meine Fresse, ey! Der hat aber schon wieder ein paar slow Breakdowns ausgepackt. Wunderbar! Ich hoffe es hat euch gefallen. Ritana, auf jeden Fall ein richtig schöner Trip. Schaut euch auch mal die erste Single von ihm an. Richtig geiler Scheiß. Ich glaube, das ist ein Dude, der das macht. Unglaublich cool. In dem Sinne hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Euer Mr. T. Tschüss! 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 Tschüss!